Die britischen Zuschauer werden davon überrascht sein, dass es auch in Amerika eine gesellschaftliche Oberschicht gibt. Nächstes Jahr feiern wir unseren 35. Hochzeitstag, nicht wahr, Liebling? Ist das nicht unglaublich? Und unsere Kinder sind bereits aus dem Haus. Sie gehen beide aufs College, richtig? Ja genau, ein Harvard, ein Yale. Selbstverständlich. Wir sind unglaublich stolz auf Sie. Noch etwas Champagner? Oh ja, danke. Für mich nicht. Sind Sie uns schon mal begegnet? Ich glaube nicht, nein. Ich bin mir sicher, Ihr Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ich weiß nicht, woher. Ich habe Sie ganz bestimmt schon mal gesehen. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Liebling, ich glaube nicht, dass du den Mann kennst. Ah, ich vergesse nie ein Gesicht, kommen Sie schon. Woher kenne ich Sie? Ich spiele in vielen Hardcore-Schwulen-Pornos. Also, ich freue mich.